Der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine richtet sich nicht nur gegen die Menschen im Land, sondern er will auch die ukrainische Kultur und Sprache auslöschen. Wie leben und arbeiten Kunstschaffende im Krieg? Wie hat sich ihre Arbeit seit der Invasion verändert? Und welche Bedeutung hat Kunst für die ukrainische Gesellschaft im Krieg? Darum geht's in diesem Podcast. Dr. Katharina Ritzrakul vom Ukrainischen Institut in Deutschland bringt es so auf den Punkt. Heute hat der Krieg alle Facetten, alle Bereiche, jeden Winkel der Seele der Ukraine eingenommen und heute ist der Krieg das Thema. Wir sprechen und schaffen und leben im Krieg und mit dem Krieg. Und es ist sehr wichtig für uns, einen Raum zu haben, in dem wir diese Erfahrungen mit ihnen teilen können und den Geist dieser Zeit einzufangen. Und das ist es für uns äußerst wichtig, dass sie nicht nur ein Publikum sind, sondern dass sie auch mitfühlen und helfen und mitstreiten. Da ist zum Beispiel der Künstler Nikita Kadan aus Kiew. Er beschreibt mit seinem für die Veranstaltung namensgebenden Werk sein Gefühl, die Menschen in der Ukraine seien der Preis für die Freiheit und den Frieden im restlichen Europa. Die Kuratorin Alona Karawai hat einen Zufluchtsort für Kunstschaffende in Ivano-Frankivsk gegründet. Gemeinsam präsentierten Nikita und Alona beim Gespräch in der Heinrich-Böll-Stiftung Einblicke in das aktuelle künstlerische Schaffen ihrer KollegInnen. Mit Grafiken, Installationen und Videokunst. Für den Böll-Fokus-Podcast waren wir vor Ort. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo. Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. We are the prize, so hieß die Diskussionsreihe, die durch neun unterschiedliche Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung tourte. Namensgebend ist das Gemälde von Nikita Kadan aus Kiew. Er hat im März 2022 tagelang im Luftschutzbunker gesessen. Zu dieser Zeit marschierte die russische Armee auf Kiew und verübte Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung in Butscha und Borodjanka. Nikita bekam zu dieser Zeit viele Anrufe von Journalisten aus dem Westen. Alle stellten dieselbe Frage. Was können wir tun? Doch auf seine Bitten nach Waffen und Sanktionen bekam er immer wieder dieselbe Antwort. Nein, das geht zu weit. Nach all diesen Sachen hat dieser Satz mich attackiert. Wir sind der Preis. Also sozusagen dieser Satz. Ich hatte ihn im Kopf. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine Münze. Sie werden aus der Tasche herausgeholt und weitergereicht an andere Personen. Sie sind einfach diese Münze. Du hast keine Stimme. Du bist nur eine Münze. Deine Zukunft ist der Preis des Wohlstandes und der Sicherheit anderer Menschen. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Und so entstand auch dieses Kunstwerk. Ich bin dann immer wieder rausgegangen, wenn der Alarm zu Ende war. Und das war so ein Lichthof. Und ich schaute den Himmel. Und der Himmel war bewölkt und sehr grau. Und ich habe ein Foto gemacht mit dem Handy. Und ich habe praktisch dann im Instagram diese Schrift darüber getan. Und später habe ich das in Ivano-Frankivsk im Atelier mit Kohle gezeichnet. We are the Prize geht als digitales Bild um die Welt, wird hundertfach als Siebdruck kopiert und von einer Wiener Galerie verkauft. Vom Erlös baut die Galeristin einen Schutzraum für ukrainische Geflüchtete an der slowakischen Grenze. We are the Prize wird zum Symbol der ukrainischen Kunst in Kriegszeiten, aber auch zum politischen Statement an den Westen. Macht endlich eure Augen auf und lasst uns nicht allein. Seine heutige Kunst beschreibt der 41-Jährige als Prozess der Dekolonisierung vom russischen Kulturerbe. Aber Nikita Kadans Kunst hat sich nicht erst nach Beginn des großen Krieges verändert, erzählt er. Schon das Jahr 2014 war für den Künstler eine Zäsur, als Russland die Krim annektierte und Teile des Donbass besetzte. Genauso geht es der Kuratorin Alona Karawai. Sie selbst stammt aus dem Donbass und hat nach ihrer Vertreibung 2014 mehrere Initiativen aus dem Bereich Kunst und Kultur gegründet. Darunter die Künstlerresidenz Hatta Meisterina in Ivano-Frankivsk. Wir dachten, okay, wir haben jetzt keinen Ort, wir kreieren mal einen Ort. Wir kreieren mal ein Zuhause für viele Menschen. Das hat sich zu einer Künstlerresidenz entwickelt und das funktioniert immer noch so. Seit dem letzten Frühling haben wir angefangen, mit Evakuation zu arbeiten. Die heißeste Phase war Frühling von dem letzten Jahr. Mindestens das, was wir rausbringen konnten, ein Drittel davon immer noch bewahren wir oder kümmern uns darum. Und später, ungefähr nach drei Monaten, waren wir nicht mehr imstande, da zu den Orten näher zu kommen. Danach war unsere Arbeit da fokussiert, um Residenzen für Künstlerinnen und vor allem Künstler innerhalb der Ukraine zu schaffen, wo Künstlerinnen und Künstler weiter ihre Praxis fortsetzen können. Das Leben der Kunstschaffenden und ihre Werke retten. Das war die Mission von Alona Karawai und ihren Mitstreiterinnen in den ersten Monaten nach der Invasion. Aber wie geht es weiter? Wie hat sich der finanzielle Rahmen der Betroffenen verändert? Wenn ein ganzes Land all seine finanziellen Mittel in die Landesverteidigung und Versorgung gibt, bleibt nichts mehr übrig für den Luxus Kunst. Der Kunstmarkt habe sich praktisch aufgelöst, erzählt Kuratorin Alona Karawai. Viele Kunstschaffende seien darum auf Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Das bestätigt auch Nikita Kadan. Stattliche Unterstützung oder Förderung war früher schon mangelhaft und jetzt ist sie einfach endgültig verschwunden. Sie bleiben als eine Erinnerung, diese Notfallhilfen. Das war nur auf kurzer Etappe am Anfang. Es gibt natürlich auch diesen Gender Aspekt. Die Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen zwischen 18 und 16, nur mit einer Genehmigung vom Kulturministerium oder vom ukrainischen Institut. Man braucht sehr viele Unterlagen. Es ist fast unmöglich. Und viele Künstler sind einfach blockiert. Sie sind wie gefangen in eigenem Land. Sie sind abgeschnitten und sie sind schon am Rande im Prinzip einer Existenz. Aber Kunst ist nicht gleich Kunst. Gerade in Kriegszeiten ist die Nachfrage nach patriotisch gefärbter Kunst besonders hoch. Viele KonsumentInnen suchen Trost im nationalen Zusammenhalt und seiner Symbolik. Abstrakte oder kritische Kunst ist dagegen nicht sehr gern gesehen, erzählt Nikita Kadan. Für Kunstschaffende bedeutet das automatisch ein Dilemma. Bleibe ich bei meiner kritischen, aber brotlosen Kunst oder verkaufe ich mich als Auftragskünstler? Dazu kommt, dass sich ausländische Kunden eher eine Kunst wünschen, die den Krieg aus einer kritischen Perspektive kommentiert und nicht zu sehr in nationale Symbolik verfällt. Eines ist jetzt schon klar. Der Krieg hat das künstlerische Schaffen einer ganzen Generation verändert. Es gibt diesen großen, aggressiven Nachbarn, der sich in einer Krise befindet. Und der Zerfall des imperialen Projektes und Kampf ums Überleben ist nun die Geschichte, die in meiner Generation kein Ende sieht. Also es heißt, man wird sich mit diesem Gedanken arrangieren. Wenn der Himmel brennt, dann gibt es ja auch bestimmte Fröhlichkeit im Gemüt. Ja, eine bestimmte Energie, Energie für den Kampf. Jedoch, wenn dieser interne Kritiker maximal leise gedreht wird, bin ich nicht sicher, dass die Gesellschaft pluralistisch und demokratisch bleiben kann, wie die Ukraine, für die wir jetzt kämpfen. Darum sei die wichtigste Aufgabe der kontemporären Kunstschaffenden eine neue Kultur, eine neue, weniger affektierte, realistische Sichtweise zu schaffen. Das bedeutet auch, mutig gegen die Schere im Kopf anzukämpfen. Kuratorin Alona Karawai beschreibt, wie schwierig es momentan ist, im In- und Ausland mit einer Sprache, einer künstlerischen Agenda zu arbeiten. Aber intern in der Ukraine, woran wir arbeiten sollen, ist zu schauen, wie wir diesen kritischen Diskurs aufbauen. Weil es wird anders aussehen als vor der Invasion. Das ist auch ganz einfach mit vielen Traumaten verbunden, dass die Menschen einfach anders miteinander reden, als sie davor gerettet haben. Und damit werden wir leben. Das muss man nicht verstecken. Das ist nicht peinlich. Die Traumaten, die wir haben, die ukrainische Künstlerinnen und Künstler haben, sind Traumaten vom kollektiven Verbrechen. Und sie dürfen offen ausgesprochen werden. Die andere Frage, wie wir miteinander reden, wenn wir diese Traumaten haben. Und dann müssen wir irgendwie eine andere Kultur finden innerhalb der Ukraine. Doch wenn dieser Prozess der Suche nach einer inneren Sprache nicht abgeschlossen ist, wie sollen es die ukrainischen Künstlerinnen und Künstler schaffen, eine repräsentative Sprache im Ausland zu finden? Oft fehlt es dort schlicht an Empathie. Beispielsweise müsse sie sich gerade in Deutschland immer wieder dafür rechtfertigen, dass sie nicht mit russischen KollegInnen arbeiten möchte. Alona Karawai kann das nicht verstehen. Das machen wir seit einhalb Jahren. Wir erklären immer wieder, warum nicht jetzt. Warum es jetzt bei vielen nicht möglich ist. Bei einigen schon, aber bei vielen nicht möglich ist. Da frage ich mich auch, wenn die deutschen Kuratoren und Kuratorinnen das wagen, sind sie bereit, mit der Situation von der großen Ungleichheit zu arbeiten. Viele russische Künstler, wenige ukrainische Künstler, die weniger werden, weil die einfach viele von denen ihr Leben verlieren oder nicht aus der Ukraine ausreisen können. Traumatisierte Künstler und nicht traumatisierte Künstler sind dann einfach diese Ungleichheiten. Wie stark sie sind, sind sie klar und können die deutschen Kuratoren damit arbeiten. Weil ich habe das Gefühl, die möchten einfach die ungleichen Menschen, die Menschen in ungleicher Situation so zu stellen, als ob sie gleich wären und das stimmt nicht. Im Ausland wird es für Kunstschaffende aus der Ukraine also immer schwieriger, mit ihren internationalen KollegInnen zu konkurrieren. Aber es gibt auch immer wieder Anlässe zur Hoffnung, sagt Nikita Kardan. Der Krieg sorgt in der Ukraine gerade für strukturelle Veränderungen der alten Rollenmuster. Frauen, aber auch die queere Community übernehmen mittlerweile wichtige Posten in der Armee. Und selbst ehemals rechtsradikale Gruppierungen, die vor ein paar Jahren noch progressive Kunstausstellungen demoliert haben, treten heute gemäßigter und weniger aggressiv auf erklärt der Künstler. Das ist eine tiefgreifende Veränderung, Mutation. Sie geschieht praktisch mit jedem, der mit dem Land tief verbunden ist. Wir befinden uns im Prozess der molekularen Veränderung. Jeden Tag sehen wir in uns neue Wesen. Jeden Morgen sehe ich im Spiegel jemand anderes. Das ist wie eine Prüfung. Nicht nur in Bezug auf die Frage der nationalen Identität, des nationalen Staates, sondern es geht hier auch um die Frage der menschlichen Identität und der allgemeinen fragen, wie leben wir miteinander in dieser Welt oder sogar auf diesem Planeten. Wir sind nicht nur der Preis, wir sind auch die Prüfung. Ein gutes Beispiel für diese ständige Veränderung ist das Werk Survival Tablecloth von Katja Buchatzka, das bei der Präsentation vorgestellt wird. Die Künstlerin war bei Kriegsausbruch unterwegs mit nur dem Allernötigsten, gestopft in einen Rucksack. Kulturtasche, Laptop, Kabel, Stifte, Notizbuch. Dieses Survival-Kit hat sie auf einer alten, gestickten Tischdecke ausgebreitet und fotografiert. Die Habseligkeiten einer Geflüchteten. Millionen ihrer Landsleute erlebten genau diesen Verlust, alles zurückzulassen, aus einer Tasche zu leben. Viele konnten in ihre Häuser zurückkehren, auch Katja Buchatzka. Aber dieser kollektiv erlebte Moment hat sich in die kulturelle DNA einer Nation eingebrannt. Kunst und Kultur spiegeln seit jeher die Verhältnisse und Umbrüche von Gesellschaften. Der barbarische Überfall Russlands auf die Ukraine führt auf Dauer zu einer Neuordnung von politischen Verhältnissen in Europa. Die sogenannte Zeitenwende sorgt nicht nur in der Politik für neue Partnerschaften und Allianzen. Geflüchtete aus der Ukraine haben jetzt schon das künstlerische Gewebe Europas zum Positiven verändert. Egal ob im Musikclub in Warschau oder einer Berliner Galerie. Künstlerinnen aus der Ukraine sind sichtbarer und hörbarer geworden. Je länger der Krieg dauert, desto komplexer und schwieriger wird allerdings auch die Situation für Kunstschaffende in der Ukraine selbst. Gerade kritische Kunst steht vor der Herausforderung zu überleben und ihrem Anspruch gerecht zu werden. Nach dem Panel hat der Kollege Lukas Tomaszewski mit der Kuratorin Alona Karawai über diese und andere Fragen gesprochen. Herzlich willkommen zum Interview Alona Karawai. Guten Abend, hallo. Wir fragen uns natürlich in Deutschland oder in den europäischen Nachbarländern immer, wie kann das Ausland helfen? Also was ist eine effiziente Hilfe, um den Kunst- und Kulturschaffenden, den Kunst- und Kulturbetrieb in der Ukraine zu helfen? Residenzen sind immer noch aktuell, so wie im Ausland, als auch in der Ukraine die Residenzen zu unterstützen, weil männliche Künstler können nicht raus aus dem Land und das ist für sie offen so fast die einzige Möglichkeit, die künstlerische Praxis vorzusetzen. Außerdem, was noch hilft oder was noch so eine Win-Win-Situation sein könnte, sind Ausstellungen in Deutschland organisieren von der ukrainischen Art, aber auch von der Geschichte von der ukrainischen Art, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kunststücke, die wir evakuiert haben, haben wir später zu längeren Expositionen ins europäische Museen angebracht. Und dann war es auch eine nutzbringende Situation, weil wir waren dann ruhig für diese Kunstarbeiten. Die sind ein Jahr bei der Ausstellung, aber die liegen nicht irgendwo im Lager. Das europäische Auditorium kann sie auch sehen und es kann besser ukrainische Kunst kennenlernen. Diese Ausstellungen helfen dann auch den lebendigen Künstlerinnen und Künstlern, die Praxis weiterzusetzen, wenn sie da kleinere Honorare für die Teilnehmern der Ausstellung haben und und so weiter. Das war für uns bisher so wirklich eine Art von Zusammenarbeit, das vielen Seiten was bringt. Mich würde interessieren, wie sich die Kunst, die bildende Kunst aus der Ukraine momentan verändert. Heute haben wir ja ganz, ganz unterschiedliche Werke gesehen, wirklich von Videokunst über dieses Tischtuch mit den Survival-Objekten letztendlich, die eine Künstlerin dabei hatte auf ihrer Flucht. Wie ist deine Beobachtung als Kuratorin nach diesem kreativen Moment 22? Klar, können wir uns alle daran erinnern, das war ein großer Moment für die Musik, für die Kunst, für die Literatur. Jetzt hören wir immer öfter, der Krieg wird doch länger dauern. Ist das auch eine Gefahr für dieses kreative Momentum? Ja, das ist Gefahr für alles, also weil länger, das heißt es kommt Müdigkeit oder es kommen verschiedene Wellen von Müdigkeit und wir müssen uns daran anpassen und damit leben. Aber diese Welle von Kreativität ist da, weil der tägliche Adrenalin ist da, weil die wöchentlichen Raketenangriffe sind dann auch immer noch da. Viele ukrainische Künstlerinnen und Künstler, was ich beobachte, experimentieren viel mit der Form, weil für viele die Form, die sie früher benutzt haben, ist nicht mehr genug, um das auszusprechen, was sie jetzt aussprechen möchten. Wirklich viele haben die Form mittlerweile verändert, einige haben mit Stickerei angefangen, was Nikita heute gesagt, also ich habe angefangen so die Doppelungen zu machen, was zu schreiben auf den Arbeiten, was ich früher nie gemacht habe, so sie doppelt zu erklären. Einige haben angefangen mit Videokunst zu arbeiten und so weiter. Was ich persönlich sehr spannend finde, sind diese Kollaborationen mit europäischen Künstlerinnen und Künstlern und ich glaube, da kann auch ziemlich viel Interessantes daran erscheinen, was uns allen die gegenwärtige Situation erklären kann, weil es nicht nur von der ukrainischen Seite gesprochen wird, aber es kann auch in Tandems mit den Künstlern aus Deutschland, aus Polen, aus Frankreich und anderen Ländern durchgesprochen werden. Wir wissen natürlich, dass Kunst immer kommentiert und dass Kunst dann immer spannend ist, wenn sie gesellschaftlich auch politisch relevant ist, wenn sie auch kritisch ist. Heute hat Kardan, mit dem du auf dem Panel saß, gesagt, dass sich auch so eine Art Schere im Kopf manchmal einschleicht. Wie ist das gerade in der Ukraine? Stichwort Freiheit der kritischen Kunst. Kritische Kunst ist frei, aber das ist dann auch frei, so Empörung von den Menschen wahrzunehmen, die das jetzt irgendwie zu viel finden. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo verschiedene Temporalitäten zusammenkommen, wo viele Gleichzeitigkeiten zusammenkommen. Und das kommt zu vielen, das führt zu vielen ethischen Fragen. Was ich an mir merke, also fast in jedem Moment muss ich Entscheidung machen, lebe ich jetzt nach der Logik von dem Krieg? Das heißt, ich spende irgendwohin, ich mache irgendwas nicht, ich mache jetzt etwas, um anderen Menschen zu helfen? Oder lebe ich jetzt gegen die Logik von dem Krieg? Das heißt dann auch Genusspraktiken oder was anderes zu machen und so weiter. Und diese Gleichzeitigkeiten, diese gleichen Temporalitäten, in denen man lebt, die führen dann auch zu Selbstzensur, zum Schuldgefühlen. Ich mache nicht genug. Und das ist auch eine sehr verbreitete Narrative in der ukrainischen Gesellschaft. Mache ich genug? Natürlich mache ich jetzt nicht genug. Ich kann jetzt mehr machen, weil es gibt die Menschen, die jetzt an der Frontlinie sitzen oder es gibt die Menschen, die in Harkiv sind und die erleben viel, viel mehr. Und diese Situation von diesen gleichzeitigen Situationen, die führt zu Selbstzensur und diese Selbstzensur, die schweilt dann auch auf die äußere Zensur, dass du fängst an, deinen Nachbarn zu zensurieren oder eine andere Person, die du siehst und denkst, die macht jetzt eine falsche ethische Entscheidung jetzt in diesem Moment. In Wanderfrankivsk in zwei Wochen, wir eröffnen eine Ausstellung und die heißt an der Peripherie des Krieges. Und da gibt es ausgerechnet die Arbeiten, die das zeigen. Wie erleben wir Krieg an der Peripherie des Krieges? Da, wo es nicht den ganzen, jeden Tag zu Raketenangriffen kommt? Welche Genusspraktiken haben wir während des Krieges? Und was machen wir anders? Was machen wir sonst als Krieg in unserem Leben? Und da haben wir ziemlich viele neue Arbeiten von den Künstlerinnen und Künstlern gesammelt und werden die auch in Wanderfrankivsk zeigen. Ausgerechnet in Wanderfrankivsk, weil das ist so eine Peripherie-Stadt. Das ist so eine klassische Stadt, Backstage-Stadt vom Krieg zum Glück. So eine relativ ruhige Stadt, wo das auch reflektiert werden kann. Durch die Kunst, Entschuldigung. Ich wollte nämlich nach den Chancen fragen. Welche identitätsstiftenden, empowernden Impulse kann Kunst im Krieg auch setzen? Ich hatte nämlich das Gefühl, dass durch diese klare Distanz, durch die Abgrenzung zu Russland, durch auch das Canceln der Sprache, auch der sowjetischen Denkmäler, der Unerwünschtheit der Literatur, dadurch ist ja auch was Neues gewachsen. Auch etwas, was zusammenschweißt, was Neues entstehen lässt. Auch ein neues Selbstbewusstsein. Dieses Gefühl ist definitiv postkolonial und auch antiimperialistisch. Ja, das ist natürlich, also wenn etwas Großes jetzt weggeht oder mindestens auf Pause gestellt wird, weil ich glaube, irgendwann, irgendwann, wenn die Aggression zu Ende ist, wenn die Reparationen ausgezahlt werden und so weiter, irgendwann kann ein Teil von dieser kulturellen Erbe zurückkommen. Aber auf jeden Fall, wenn etwas Großes jetzt nicht mehr da ist, gibt es viel Platz für was Neues oder für jüngere Künstlerinnen und Künstler, die was zeigen können oder für was Vergessenes, was wir vergessen haben in sowjetischen Zeiten zum Beispiel, weil die Künstler verhaftet wurden. Und es gibt jetzt gerade eine große Anfrage an diese vergessenen Geschichten von den repressierten Künstlern aus 20er Jahren, aus 60er Jahren und später und auch auf neue Stimmen. Alona Karawai im Interview für Böll Fokus. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine E-Mail an podcast.boell.de und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.